hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist die arctic horizon dran von tnt pyro wir haben hier 25 schuss in einem sehr besonderen kaliber und zwar auf 22 millimeter wir haben 200g NEM preislich lagen wir hier bei 10 euro die batterie wurde bestellt bei röhler vollwerk wer bei röhler mal vorbeischauen möchte in der infobox ist der link für röhler würde ich mich freuen wenn ihr den link benutzen würdet und zu der batterie an sich ich habe mir kein video angeguckt weil ich möchte mich überraschen lassen es ist eine batterie unter 10 euro sie waren 9,95 euro als ich sie gekauft habe 2022 und dann würde ich mal sagen schauen wir uns die einfach mal draußen an also freunde bis gleich draußen zur zündung so jetzt die arctic horizon habe ich ja gekauft bei röhler link ist unten in der beschreibung falls noch mal die nachkaufen möchte falls sie euch jetzt gefällt ich weiß selber nicht wie sie aussieht schauen wir mal ja ich weiß gerade nicht was sie kostet hat ich glaube ein 10 euro dafür war sie eigentlich aber hier schmökelt irgendwas ganz heftig ach das war die so hier gerade das war die